Hallo meine Lieben! Herzlich Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's! Wir sind in der Nacht 2! Ja! Wie soll es anders sein? Okay. Dann starten wir mal direkt, ne? Okay. So. Eins, zwei, drei, zack. Ich habe jetzt gerade übrigens rausgefunden, dass ich hier das Licht auftreten kann. Wie ich das rausgefunden habe. Ich habe gerade eine Folge aufgenommen, habe ich gedacht. Wo ich sie nach zwei sogar geschafft habe. Und dann habe ich gesehen, es hat nicht aufgenommen. Das macht immer richtig Laune. Okay. Erster ist am Weg. Hier ist noch zu. Puh. Puh. Okay. Oh, ich habe keinen Plan, die hier heißen. Freddy, Foxy und Bonnie. Aber ich glaube ja... Chica. Ne, Chica. Chica ist das Huhn. Bonnie ist das Lila-Teil. Und Freddy ist natürlich der Bär. So. So. So müsste es stimmen. Wenn ich mir jetzt irre, könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ich habe trotz allem Angst, dass ich jetzt gleich was in die Fresse kriege. Okay. Okay. Chica on the way. Okay. Oh Gott. Ich jucke die Nase. Ich muss niesen. Das ist nicht gut. Ist ja unpassend. Nix. Nix. Okay. Hier. Hier ist nix. Küche. Da ist Chica. Freddy steht noch. Da ist auch noch zu. Da kommt mir mal auch noch so ein geiles Teil raus. Tum, 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 tum. Freddy sing. Freddy singing. Oh, 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 oh. Kameras fallen aus und die Teile sich bewegen. Wow. Okay. Direkt von der Tür. Bonnie ist direkt vor der Tür. Bonnie ist direkt hier vor der Tür irgendwo. Nope. Äh, 72% ist es erst eins. Eigentlich dauern die Nächte gar nicht so lange. Ja. Aber es kommt einem ewig vor. Dass sie hier sitzt. Und guckst. Nicht drauf zu gehen. Mal um 16 Prozent. Steht immer noch hier. Hier ist nix. Er ist noch hier. Oder sie. Wieso muss sie? Ich weiß es nicht. 66 Prozent. Komm schon. Oh, Chica ist auch fast hier. Oh Gott. Tür zu. Tür zu. Okay. Seht ihr das? Man kann schön im Schatten sehen, dass da noch was steht. Hier ist nix. Weg. Komm mal auf. Chica ist immer noch hier. Auch sehr nahe. 59 Prozent. Das ist immer noch zwei. Chica, magst du hier weggehen? Ich bin kein Animatronic. Ich will auch keiner werden. Du darfst ruhig weggehen. Ich bin nervös. Mehr bin ich nicht. Chica ist immer noch da. Kann sie aber nicht sehen. Oh Gott. Ist auch schon wieder hier. Bonnie. Wollt ihr mich jetzt gerade stressen zum Zweit? Okay, Chica zieht sich gerade zurück. Hoffentlich. Boah. Tür zu. Boah. Boah. Chica ja. Das gemeine ist. Es weg. Du siehst die da stellenweise nicht. Weil die einfach doof im toten Winkel stehen. Ready? Fängt auch schon an sich zu bewegen. Okay. Nein. Nein. Es ist mittlerweile drei. Es ist drei. Chica ist noch hier. Hier ist keiner. Chica. Geh weg. Geh weg. Das will ich nicht hier haben. Wir laufen jetzt gar nicht so lange auf die Kameras gucken. Ich habe es jetzt immer nur am Bonnie Jumpscap bekommen. Chica will ich gar nicht ausprobieren. Das ist vier. Wir haben 38% Power übrig. Boah, boah, boah. Das ist gut. Chica ist hier. Hallo. Kann ich sehen. Okay. Ah, klar. Du bist natürlich auch hier. Chica ist immer noch da. Braucht ja gar keinen Strom. Okay, weg. Okay. Chica ist noch da. Chica, hau ab. Hau ab. Okay. Hat sich wieder ge... Ui. Da, 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 da. Hallo. Freddy ist noch hier. Wenn ihr wisst, wie das Teil hier heißt, sagt es mir gerne. Ich habe nämlich keinen Plan. Huuu. Scheiße. Oh, fuck you, Bonnie. Fuck you. Missteil. Boah. Ja. Geh mal. Danke. Habe ich mitgekriegt. Nee. Okay. Mama. Kann es ja nicht sein. Hat gerade so gut geklappt. Jetzt klappt es nicht mehr. So. Auf Neues. Ist halt auch immer nicht das Gleiche, ne? Ganz kurz bist du unaufmerksam und ist schon vorbei. Eins, zwei, drei. Sie sind noch hier. Oh. Hallo. Du bist aber ganz schön weit heraußen. Warum? Was machst du denn jetzt schon hier? Nope. Nope. Wenn die jetzt schon vor der Tür stehen, weiß ich es auch nicht. Eins, zwei, drei. Vier. Okay. Bonnie on the way. Bonnie on the way. Wo ist Bonnie? Bonnie ist verdammt schnell. Bonnie ist verdammt schnell. Es ist die zweite Nacht. Es gibt fünf. 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 Okay. Es ist immer noch zwölf. Ja. Bonnie ist schon wieder fast bei mir. Gefällt mir gar nicht. Ja. Ach. Steht hier. Ist auch noch dort. Chica und Freddy sind aber noch dort wo sie hingehören. Ist auch noch da wo du hingehörst. Okay. Jetzt ist ein Ruf gerade wieder jemand. Okay. Bonnie war es nicht. Bonnie ist noch da. Okay. Chica ist weg. Nope. Nope. Oh komm schon. Es ist erst eins. 81%. 80%. Z. bombe ko armour Das war mal noch. Da. Da. Flur. 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 Bonnie steht immer noch im Flur. ist er da entn physicist. Der ist auch noch hier. 58%. Okay. Das sah jetzt gerade nicht so aus. und noch im Flur. Ich bin ja noch im Flur. Puh, drückt mir die Daumen, Leute. Das muss jetzt klappern, hier. Ist noch hier. Oh, hi, Chica. Auch schon hier. Nice to meet you. Sie ist so verdammt schnell. Chica ist hier. Es ist eins. Chica ist schon da. Oh, Bonnie auch. Ich muss dann echt mal nachgucken, ob die wirklich bei mir heisst. Chica ist weg. Okay, wie verpiselt sich gerade? Die zwei sind noch da. Oh Gott. Die sind schon wieder hier. Ja. Komm zu. Chica, ja. Chica ist immer noch da. Ja, er steht noch vor der Tür. Kann ich sehen. Nein, um 50%. Chica, ja. Okay. Bonnie ist weg. Chica ist aber noch da. Ja. Das Teil ist auch noch da. Und Freddy ist auch noch da. Oh. Ich mag das gar nicht. Komm schon. Komm schon. Wie sehr bewegt sie denn hier? Ich schätze mal, Bonnie. Ich schätze mal, Bonnie. Jupp. Chica ist hier. Chica ist hier. Bonnie ist auch hier. Puckt. Chica ist noch da. Das ist 3. Noch 77%. Chica ist immer noch da. Bitte zwingt mich nicht dazu, dass ich beide Türen zu haben muss. Chica ist noch da. Chica ist immer noch da. Bonnie ist weg. Okay. Chica ist weg. Okay. Ich traue euch nicht. Wer ist noch hier? Freddy ist noch da. Ich habe Bonnie gerade nicht gesehen. Okay. Steht hier. Chica. Nein, nein. Ups. Ups. Bonnie ist hier wieder auf Wanderschaft hier. Jupp. 31%. Das ist immer noch 3. Es ist 4. Es ist 4. Okay. Chica ist nicht da. Da taucht wieder Bonnie auf. Der ist noch hier. Freddy steht auch noch da. Okay. Nope. Nope. Ich traue dem Spiel so keinen Millimeter mehr. Okay. Steht nicht mehr hier. Wo ist Bonnie? Ist noch hier für keiner? Nope. Nope. Okay. Bonnie. Das ist noch hier. Ready? Chica ist nicht da. Ich habe noch 9-10%. Es ist erst hier. 18. Okay. Okay. Ist weg. Okay. Kann die Zeit bitte ein bisschen schneller rumgehen. 5. Okay. Okay. Nix. 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 Nope. 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 Spiel trau dich jetzt gar nicht. Nee. Nee. Okay. 11%. Nein. Nein. 10%. Ach, Bonnie ist schon wieder am Weg. 9%. Nein. 8%. Komm schon. Nein. 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 7%. Komm schon. Spiel. 6%. Nein. Nein. Fünf Prozent, komm. Komm schon. Drei Prozent. Wie überlebe ich das? Zwei Prozent. Oh mein Gott, danke. Danke, 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 danke. Uff, war das jetzt knapp. Okay, dritte Nacht. Jawohl. Machen wir noch. So. Telefon. Telefon. Ich tröte jetzt erst mal, wenn die Stunde um ist. Hallo, hallo. Hey, you're doing great. Most people don't laugh this long. Ja. I mean, you know. Chica ist schon wieder weg. Da ist er. Ach, okay. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuck in a Freddy suit, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that maybe don't think that you're in a cop suit. Then again, if they think you're an empty cop, then they might try to step a mental skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Ach. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. So, das Kling macht Küche. Das heißt, ich schätze mal, ein Chica wird dann lange auftauchen. So, hier ist noch zu. Die anderen zwei stehen noch da. Das heißt... Es ist eins. Das heißt, die Chica ist gerade alleine unterwegs. Eins, zwei. Zwei. Eigentlich schiebe ich mir Panik vor Bonnie. Bonnie geht mir nämlich... Uuuh. Zieh mich am Keh jetzt. Obwohl, Chica ist auch ziemlich anhänglich. Chica bewegt sich gerade. Oder einer von den anderen. Okay. Okay, die zwei stehen noch. Hier ist auch noch zu. Das heißt... Eilige Chica. Chica, Chica, Chica. Chica, Chica, Chica. Chica, Chica, Chica. Uuuh. Lichter. Chica ist noch hier. Hier noch zu. Eins, zwei. Okay, die stehen noch da. Ihr könnt gerne die ganze Nacht da stehen. Da habe ich voll kein Problem mit. Okay. Chica ist wieder hochgewandert. Freddy und Bonnie stehen noch hier. Hier ist zu. Natürlich kannst du nicht Nüsse drauf verlassen. Haben wir schon mitgekriegt. Chica ist so verdammt schnell. Ja, die stehen ja dort drüben. 68%. Es ist... Zwei. Okay. Chica ist noch dort. Eins, zwei. Hier ist noch zu. Okay. Ui, oi, 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 oi. Chica is on the way. So. Dann werden zwei stehen noch. Okay. Chica is immer noch da. Was? Kein gutes Zeichen. Tika ist noch hier. Showstage ist leer. Wir sind alle unterwegs. Es ist 2 und ich hab noch 56%. Chica, magst du mal abhauen? Nope, nope. Es ist 3. Nope, nope. Chica? Nix. Küche ist sowieso schwarz. Am meisten fürchte ich mich trotzdem von der linken Tür. Wegen Bonny. Okay. Nope, nope. Ist Chica noch hier? Ja. Boah, ich hasse die Geräusche hier. 46% ist es 3. Da kommt jemand. Chica ist wieder weg. 43%. Ja. Ja, Bonny. Wer sonst? Das Problem ist nur, weil ich sie hier sehen kann. Das heißt nix. Ich kann mich trotzdem noch attackieren. Es ist 4. Es ist 4. Nope, nope. Nope, nope. Oh Gott, Bonny, geh weg. Ich kann halt wirklich Geräusche hören. Die ganze Zeit. Okay. 35%. Wo ist Bonny? Bonny haut wieder ab. Oh Gott. Okay, der Dude ist wieder da. 31%. Nope, Chica on the way. Da ist Bonny. Da ist der Typ. Wo ist Freddy? Seh ich nicht, okay? Nix, nix. Nix, nix. 25%. 25%. Es ist 5. Yeah. Bist noch da? Ja, ja. Bonny ist wieder on the way. Ich hab nur noch 21%. 20%. 20%. Chica ist hier. Und Bonny. 18%. 18%. 17%. Bonny ist noch da. Und hier ist niemand. Chica. Scheiße. 15%. Bonny, hau ab. Ich muss die Tür wieder aufmachen. 13%. Chica wieder weg. Scheint so. Bonny ist noch da. 10%. 10%. Oh komm schon. Geh weg. Hier ist keiner. 7%. Dankeschön. Dankeschön. Yes Leute. Nacht 3. Nacht 3. Nein. Nacht 4. Komm jetzt nie mehr ran. Nein. Nacht 4. Gibt's im nächsten Part. So sieht's aus. Dann machen wir 4 und 5. Hoffentlich. In einen Rutsch. Wär echt geil. Ja. Gut. Ich hab's geschafft. Keinen Jumps Cup zu kriegen jetzt. Und danach 3. Find ich geil. Dafür hab ich noch 2 wieder grandios verkackt. Macht nix. Gehört zum Spiel dazu. Ja. Ich hoffe ihr hattet Spaß an dem Ganzen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst mir gerne ein Kommentar hier. Oder lasst mir auch gerne ein Abo da. Da freu ich mich. Und wir sehen uns natürlich dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.